Kennst du diese Leute, die immer nur reden, aber dann nicht machen? Schwache Leute, die immer nur Angst haben. Leute, die nicht machen, was getan werden muss, die sich nicht holen, was sie wollen. Frauen wollen einen Mann. Keinen kleinen Jungen, den sie an die Hand nehmen müssen und dem sie alles zeigen müssen. Das heißt nicht, dass du in der Gegenwart der Frau niemals Schwäche zeigen darfst, auf keinen Fall. Aber du solltest in der Lage sein, in deinem Leben selbst klar zu kommen. Du solltest in der Lage sein, deine Emotionen zu kontrollieren. Du solltest in der Lage sein, dein Leben selbst zu organisieren. Schon dadurch, dass du ein Macher bist, und davon gibt es relativ wenige, viele Leute reden einfach nur und machen da nicht. Dadurch, dass du ein Macher bist, hebst du dich von einer großen Anzahl von anderen Männern und anderen Menschen allgemein ab und stichst zu Frauen mehr heraus. Aber denk nicht vor eine Sekunde daran, ein Macher zu werden, nur um Frauen zu gefallen. Man sollte nur dann ein Macher werden, wenn man erkannt hat, warum es so wichtig ist, ein Macher zu werden. Warum es so wichtig ist, sich zu holen, was man will. Du solltest das für dich machen. Zu wissen, was man will und es sich zu holen, ist sexy. Wenn dir das Video gefallen hat und du willst mehr davon, abonnier den Kanal und folge uns auf Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns morgen.